Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marth und heute geht es um die Halle der Helden, um den Dunkelheits-Burbanen-König, Rungmir. Seine Fähigkeiten sind schnell erklärt. Seine erste Fähigkeit macht Schaden und hat die Chance zweimal kontrollieren Schaden für jeweils eine Runde zu landen. Seine zweite Fähigkeit, Axt der Bestrafung, hat eine hohe Chance den Gegner zu betäuben und die Heilung des Gegners zu unterdrücken. Seine dritte Fähigkeit, Raserei, ist am interessantesten. Man greift mit einem sehr starken Angriff den Gegner an und hat eine 40% Chance, einen weiteren Zug zu bekommen und diesen Skill noch einmal zu verwenden. Mit etwas Glück kann man mit diesem Skill öfters angreifen. Des Weiteren hat er einen Leader-Skill, der 40% Resistenz für alle Monster im Gilden-Content gibt. Kommen wir nun zu den Runen. Welches Runenset passt denn zu Rungmir, den Dunkelheits-Burbanen-König? Rungmir ist sehr flexibel, was sein Runenset betrifft. Seine einzige Aufgabe ist es, viel Schaden auszuteilen. Daher ist es ratsam, ihn mit Zorn, Fatal oder Gewalt Runen auszustatten. Jedoch auch Tempo oder Qualrunen können auf ihn sehr effektiv sein. Da es wichtig ist, dass Rungmir sehr viel Schaden macht, sollte man sich eher darauf konzentrieren, seinen Angriff, seine Crit-Rate und seinen Crit-Schaden zu pushen. Rungmir ist durch und durch ein PvP-Monster. Mit dem richtigen Team und etwas Glück könnt ihr jeden Kampf in Sekunden für euch entscheiden. Auch wenn Rungmir nicht so zuverlässig ist und sehr viel auf Glück basiert, ist er definitiv ein Monster, mit dem man gerne spielt. Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dass Rungmir, auch wenn er nicht PvE-geeignet ist. Denn auch ein sehr starkes und interessantes Monster bleibt, besonders in den PvP-Bereichen. Was haltet ihr denn von Rungmir, den Dunkelheitsbabaren König? Lasst es uns wissen in den Kommentaren und folgt unseren Kanal für mehr Infos über Summoners War. Bis zum nächsten Mal, euer Mart.